In der Regionalliga Bayern kommt es zum spannenden Verfolger-Duell zwischen dem 1. FC Schweinfurt und SV Wacker Burghausen. Tabelle Regionalliga Bayern Die Schweinfurter glänzen in dieser Saison mit guten Leistungen und liegen als Tabellenvierter-Vierzähler vor Burghausen, die auf Rang 5 platziert sind. Im Hinspiel behielt Schweinfurt auswärts mit 2 zu 0 die Oberhand. Sport1 zeigt die Partie am Ostermontag live ab 19.55 Uhr im Free-TV Oliver Forster kommentiert. So können sie 1. FC Schweinfurt, SV Wacker Burghausen live verfolgen. TV, Sport1 streamen, sport1.de Let's block ads. Why? X M M M M M M Bis zum nächsten Mal.